Also wir haben das Auto hier wirklich zum Limit gepusht, sind hart gefahren, viel gefahren. Wir haben ja auch jetzt hier auf dem Auto den Continental Sportkontakt 7, den Continental für uns ja extra mit einer Vmax-Freigabe für dieses Auto mit 340 kmh versehen hatte. Da haben wir eine enge Abstimmung gehabt den Continental und wollen jetzt natürlich nochmal hier Gesamt-Fahr-Performance-Beurteilung, Handling beurteilen. Dafür haben wir den Lance David Arnold dabei, der mit seiner ganzen Fahr-Experience und Erfahrung dazu uns sehr gut unterstützt. Lance hat die 24-Stunden-Rennen am Miropring gewonnen, also hat die entsprechende Expertise uns da gut unter die Arme zu greifen und so ein Auto zu beurteilen. Das ist so ein Allzweck-Präzisionswerkzeug irgendwie, was einfach alles beherrscht. Das macht den Unterschied am Ende einfach aus. Ich bin natürlich gespannt, wie das Fahrzeug sich jetzt hier auf diesem engen Kurs mit unseren Reifen verhält. Wir wollen das schöne Auto ausführlich testen, ein paar Sachen probieren, haben verschiedene Punkte, die wir abarbeiten wollten. Da gehörte zum einen natürlich auch das Thema Fahrwerk- und Rad-Reifen-Kombination nochmal hier unter wirklich Performance-Gesichtspunkten anzuschauen, zu validieren. Ich meine, ich habe vorher ganz am Anfang gedacht, dass niemand an einem Turbo besser war, wo ich das Besseren belehrt habe. Lenz, kurzes Update, wie ist die Balance? Wir werden in Tessba. Wirklich sehr schönes Ergebnis. Danke für die Unterstützung. Danke ans ganze Team. Boxbox, wir sind fertig. 键? Kör mit der Lücke noch. Kör mit der Lücke. Kör mit der Lücke. Untertitelung des ZDF, 2020